Hallo zusammen, mich hier ist wieder Heutzutage und ciao wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es mal wieder um einen Mount aus der Protosynthesenschmiede. Und dazu habe ich mir wieder was Schickes rausgesucht. Es gibt wieder ein weiteres Schneckenmount und diesmal schimpft sich das Mount Serenade. Wir haben hier quasi die Schnecke einmal jetzt in einer relativ hellweißen Form mit einer komplett goldenen Rüstung und einem Schneckenhaus. Ich finde tatsächlich, das ist die beste Farbvariante von der Schnecke. Es gibt ja noch ein paar mehr, die ich euch unter anderem auch schon in vergangenen Videos vorgestellt habe. Ich würde sagen, als erstes schauen wir uns jetzt mal das Mount Special noch an, für die, die es noch nicht kennen. Die Schnecke geht einmal hier in ihr kleines Schneckenhaus rein und kommt dann langsam wieder rausgekrochen. Das ist eigentlich im Großen und Ganzen ein ganz nettes Feature, würde ich behaupten. Und ja, dann würde ich sagen, schauen wir einmal rein, wo wir uns das Ding bauen können, beziehungsweise wie das genau funktioniert. Als allererstes müsst ihr dann erstmal die Protosynthesenschmiede freischalten, um dementsprechend die Mounts craften zu können. Wie schalten wir diese Protosynthesenschmiede frei? Einmal kann ich es euch kurz zeigen auf der Karte. Wir sind auf den Koordinaten 70, 28. Da befindet sich diese Protosynthesenschmiede, aber erst, wenn ihr eine Forquest bewältigt habt. Diese Forquest kriegt ihr erst dann, wenn ihr quasi einmal euren Fortschritt hier in der Zonenkampagne auf Minimum 3 von 7 habt. Dann habt ihr nämlich hier in der Höhle des Verbanden eine Konsole freigeschalten. Und diese Konsole befindet sich hier gerade hinter mir. Und die schimpft sich einfach Chiffrin-Konsole. Bei der Chiffrin-Konsole müssen wir dann folgendes skillen, und zwar Verständnis des Sopranesischen. Das ermöglicht euch hier mit Soar Thomas zu interagieren und unter anderem verbessert euer Verständnis der Synthesenschmiede und ermöglicht es euch die Entdeckung und Erschaffung großer Kreaturen. Diese großen Kreaturen sind einmal quasi die Reittiere, und diese Geschichte brauchen wir dann einmal. Wenn wir das hier fertig geskillt haben, dann kriegt ihr eine Quest, und zwar hier im Lager Hult des Pilgers. Und hier bei der Schatzkiste seht man auch nochmal die Schritte, die wir absolvieren müssen. Wir müssen einmal die Quest Finde Tali abschließen. Das sind etwa so zehn Quests, die dann hier in dem Elite-Bereich spielen. Sobald wir das gemacht haben, sind wir für den ersten Tag so weit mal fertig. Und sobald dann ein Tag vergangen ist, bekommen wir eine zweite Quest, und zwar die verlorenen Komponenten. Die bekommen wir auch von Tali. Die startet einmal auch wieder in der Hult des Pilgers, schickt uns dann nochmal zur Protosynthesenschmiede, und dort können wir dann die Quest abgeben. Wir kriegen schon mal ein paar Matts fürs erste Mount, auch den ersten Plan, den ich euch schon in dem Video gezeigt habe. Und ab dem Zeitpunkt haben wir dann hinter mir diese Protosynthesenschmiede freigeschalten. Das ist das hier. Und dann habt ihr erstmal nur einen Plan, und dann sollten wir als nächstes losteakern und die anderen Pläne holen. Und fürs Mount, ja, habe ich euch schon mal den Plan rausgesucht, wie wir den bekommen, und da schauen wir jetzt mal rein. Dann kommen wir einmal zum Bauplan Serenade. Und die haben wir im Raid drin, Mausoleum der Ersten. Und da müsst ihr hier quasi einmal auf diese Insel, ne, in den Raid rein. Und wenn ihr im Raid drin seid, kommt ihr hier raus. Und das ist gleich im ersten Raum. Wenn ihr eine Stealth-Klasse habt oder schnell seid, könnt ihr einfach hier runterlaufen, hier hin. Und dann seht ihr, bin ich hier runtergesprungen, hier von der Brücke. Und hier unten sind eigentlich nur freundliche Mobs. Und dann könnt ihr unter diesem Pottich da, hier hinten bei den Koordinaten 2649, das Teil unten einer Kette looten. Also quasi hier einfach in der Kette das Ding hier anklicken. Dann haben wir den Bauplan drin. Und damit haben wir dann wieder einen Meer. Sobald wir uns den Plan dann besorgt haben, brauchen wir ein paar Matts, um die Schnecke herstellen zu können. Wir benötigen dafür 500 Genesis-Partikel. Dann benötigen wir ein kristallisiertes Echo des ersten Liedes und ein Helikid-Gitter. Und sobald wir die Materialien zusammen haben, können wir die Schnecke bauen. Und wo wir die Materialien herkriegen, zeige ich euch jetzt mal. Dann kommen wir zum ersten Item, und zwar den Genesis-Partikeln. Diese Partikel könnt ihr in der kompletten Zone von nahezu allen Mobs looten. Sprich, wenn ihr nebenbei euch die anderen Materialien farmt, beziehungsweise ihr hier am Questen seid, kriegt ihr die sowieso nebenbei. Ihr könnt es aber auch speziell forcieren und an einem Spot farmen. Ich habe hier meine 18.000 schon zusammengefarmt. Ein bisschen mehr als 18k braucht man nämlich, um alle Mounts und Pets einmal craften zu können. Wo befinden wir uns genau? Wir sind hier auf den Koordinaten 42, 73. Und hier in diesem Bereich gibt es Verschlingermobs. Diese Verschlingermobs haben den Vorteil, dass sie auch so Portalen spawnen. Und die spawnen irre schnell nach. Heißt, man kann die hier mit einer Gruppe eigentlich durchgehend umboxen und halt da am effizientesten tatsächlich dieses Zeug farmen. Wenn ihr das in der Gruppe machen wollt, dann gebt hier am besten Mode ein oder Genesis-Mode. Das ist der englische Name von diesen Genesis-Partikeln. Und da gibt es eigentlich genug Gruppen. Einfach rein-cuehen. Ihr könnt das in einer 5-Mann-Gruppe machen. Raid macht keinen Sinn. Oder ihr könnt auch in einer 2x4-Gruppe machen. Das bedeutet, es sind 2 4-Mann-Gruppen. Und die können dann quasi auch die Mobs alle looten, wenn sie sie alle antacken. Ich kann euch noch 1, 2 Tipps geben erstmal. Ich habe es bis jetzt meistens an dem Portal gefarmen. Dann kann man eigentlich die 2 immer zusammen weghauen und hier so ein bisschen außen noch mit ranziehen. Oder hier hinten an dem Portal, da sind meistens 3 Mobs. 1, 2, 3 sind die da meistens. Und dann kann man auch noch ein paar von außen mit ranziehen. Ihr könnt es auch so ein bisschen AFK-farmen, indem ihr euch einen Buff holt. Und zwar Toxitalisch schimpft sich das. Ich kann das euch einmal zeigen. Ich pull jetzt mal 1, 2 Mobs hier einfach ran. Und zwar gibt es einen Buff. Toxitalisch heißt der. Den kann man sich einmal über die Buff-Konsole holen oder auch sockeln. Und der verursacht einfach folgendes. Fügt bis zu 5 Gegnern innerhalb von 40 Metern. Alle 5 Sekunden 6% ihrer maximalen Gesundheit als Schaden zu. Elite-Gegner leiden 2% ihrer maximalen Gesundheit. Also bei so Rares, die ein paar Millionen Live haben, haut das irre Schaden raus. Und ihr seht, ich mache hier gar nichts und ich fahre einfach 2-3k DPS. Das ist einfach nur Toxitalisch passiver Damage. Die Gegner kriegen also die ganze Zeit Schaden. Und wenn ihr in Gruppen seid, ich sage mal so, die meisten Gruppen haben es jetzt nicht so gern, wenn ihr komplett AFK'd, weil sie dann die Arbeit macht. Wenn ihr aber Toxitalisch drauf habt, dann macht ihr ein bisschen Damage. Und wenn ihr alle 2 Minuten lootet, dann reicht es. Ich habe meistens nebenbei so ein bisschen Filme angeguckt, wenn ich das hier gefarmt habe, weil man schon doch eine Weile dran ist. Und solange man Toxitalisch drauf hat, muss man jetzt vielleicht nicht unbedingt die ganze Zeit durchprügeln. Ihr habt ein Fenster von 2 Minuten, wo ihr immer einmal looten solltet, denn nach 2 Minuten verschwindet normaler Loot. Wenn blaue Sachen oder epische drin sind, dann haltet es glaube ich bis zu einer halben Stunde. Das ist aber jetzt hier für den Farm irrelevant. Ihr solltet alle 2 Minuten looten. Wo kriegt ihr diesen Sockel her, beziehungsweise wie funktioniert das? Ihr könnt einmal bei eurer Skill-Konsole in der Höhle des Verbanden in der zweiten Reihe ein paar Sachen skillen. Und zwar braucht ihr hier das erste bei Akkularisch und dann am besten hier noch die anderen Sachen mitskillen. Hier das letzte ist, dass man den Sockel einmal reinsockeln kann und die anderen Sachen erhöhen die Zeiten von den normalen Buffs. Wie funktioniert das? Wenn ihr das erste geskillt habt, dann könnt ihr mit dieser Verstärkungskonsole interagieren. Und wenn ihr damit interagieren könnt, könnt ihr dementsprechend euch Buffs aussuchen. Hier zum Beispiel, ah da haben wir schon Toxetonisch, das könnt ihr euch holen oder auch andere Buffs. Diese Buffs halten normalerweise halt, wenn man sie sich draufhaut, eine Stunde. Man kann sich aber diese Sockel-Items auch reinsockeln, wenn man das letzte in der Konsole unten geskillt hat. Und dann sind die quasi permanent. Also Toxetonisch kann ich auf jeden Fall empfehlen, sich einmal dauerhaft mitzunehmen. Macht auf jeden Fall Passive Damage, ohne dass ihr großartig was machen müsst. Ihr müsst nur mit den Gegnern im Kampf sein. Oder ihr haut da ganz normal drauf. Das ist quasi euch überlassen. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns die anderen Sachen noch ein. Achso, eine Anmerkung noch. Ich werde euch jetzt gleich noch zeigen, wo man auch die Gitter zum Beispiel herkriegt. Ihr könnt euch alle Gitter unter anderem auch im Auktionshaus kaufen. Manche sind sogar auch relativ günstig. Also ihr müsst die nicht unbedingt farmen. Das könnt ihr euch so ein bisschen überlegen. Wenn ihr ein bisschen Gold überhabt, dann würde ich empfehlen, die einfach im Auktionshaus zu kaufen. Und dann spart ihr euch das ein oder andere an Farmzeit. Dann kommen wir zum Helikid-Gitter. Das kriegt man von allen möglichen Schnecken-Mobs. Wie zum Beispiel hier diese Schnecken, die hier unten rumfleuchen. Wir sind hier einmal auf den Koordinaten 55 und 69. Und hier sind einige Schnecken, beziehungsweise auch ein Schnecken-Rare, der relativ zügig spawnt. Um das kristallisierte Echo der Ersten zu bekommen, müsst ihr einfach so kleine Kristalle anklicken. Da könnt ihr die nämlich rausloten. Hier hinter mir seht ihr gerade schon mal eins. Und diese Kristalle befinden sich bei Wasserfällen hier in der Nähe vom Raid-Eingang. Also wir haben da insgesamt fünf Spots. Ihr seht, ich bin jetzt hier unten auf den Koordinaten 78, 54. Und hier gibt es unten zwei Spots bei den Wasserfällen. Hier oben bei den Koordinaten 70, 45. Und hier unten bei den Koordinaten 77, 60 gibt es dann auch nochmal zwei Spots ebenfalls bei den Wasserfällen. Und das könnt ihr dann einfach anklicken. Und da ist dann das Zeug drin. Ihr könnt aber maximal nur drei tragen. Und ja, ich habe jetzt schon die maximalen drei. Denn ihr könnt damit drei Mounts erstellen. Sobald ihr euch dann den Plan gefarmt habt, beziehungsweise auch alle Muts besorgt habt, könnt ihr dann einfach hinter mir bei dem Kollegen hier das Mount erstellen. Da gibt es natürlich nicht nur einen Mount, sondern es sind insgesamt 24 Stück. Dazu habe ich auch schon ein komplettes Video gemacht, wo es dementsprechend jeden einzelnen Plan gibt. In einem quasi gesammelten Video. Dann habe ich ein Video erstellt, wo man alle diese Sondermaterialien für die Mounts herbekommt. Ich habe auch ein Video erstellt für alle Gitter. Und dann gibt es noch diese Schimmer-Items, die man nicht für die Mounts braucht, aber für die Pets. Und dort habe ich auch nochmal ein gesondertes Video erstellt für alle Schimmer-Items. Sprich, wenn ihr euch gesamt diese Muts farmen wollt, sind diese Videos ideal, um euch zu zeigen, wo ihr jedes einzelne herbekommt. Zusätzlich werde ich jetzt für die anderen Mounts natürlich auch nochmal kleine extra Videos aufnehmen. Wenn euch das interessiert, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns vielleicht in einem der nächsten Videos wieder. Euer Tala. Bis zum nächsten Mal. Ciao.